Meine Damen und Herren, willkommen zum heutigen CSGO Overwatch und zu einem Ultra-Fail, der sich hoffentlich jetzt nicht weiterführt. Und zwar ist es das dritte Overwatch gerade in Folge, das ich eigentlich für euch aufnehmen möchte. Ich hoffe, dass ihr geht jetzt. Im ersten war es das 2 mit einem Spin-Botter auf City-Seite. Und ich habe es einfach durchlaufen lassen. Spin-Botter brauche ich euch nicht zu zeigen. Das ist bescheuert. Ich lasse durchlaufen, drücke ihm seinen Kram, lade das nächste Overwatch, auf das ich aber auch ein Stück warten... Okay, das ist auf jeden Fall Griefing, was er übrigens macht. Worauf ich auf jeden Fall ein Stück warten musste, dann habe ich das nächste Overwatch und dann war es wieder das 2. Und ich schwöre euch, es war dasselbe Spiel, nur im Gegnerteam, der auch ein Spin-Bot hatte. Und ich dachte eben, um Gottes Willen, es ist schon wieder das 2. Das ist doch jetzt nicht das gleiche Scheißspiel, oder? Also ich hatte eben einfach zweimal dasselbe Spiel aus verschiedenen Seiten. Beine mit Spin-Bot. Was ist los? Was geht ab? Und was machen die hier? Guck mal, der sieht ja die noch gesehen, oder? Warum klatscht er ihn nicht? Warum versucht er nichts? Okay, gut. Also es ist klar, warum er zumindest schon mal die erste Drückung erhalten hat. Und zwar, weil er grieft, also nicht spielt, sondern lieber Fußball spielt. Oh mein Gott, gegen was für Bots spielt der? Und der? Ich weiß nicht, ob er ihn im Vorfeld gesehen hat, aber da hat er doch ziemlich gezielt hingeguckt. Hätte auch eine Appa mit nachstehen können, ne? Ja, Wahnsinn. Der Zweite schießt mit dem 4 und versucht gar nichts zu treffen. Also wie gesagt, ich denke, der erste Anhaltspunkt ist hier das Griefing. Der Tatbestand des Griefs. Er hat jetzt die ganze Runde verschissen durch seine Fußballspielerei. Und hätte wahrscheinlich mit dem Team zusammen einiges mehr machen können. Also von daher ist das schon mal klar wie Klosbrüder. Aber ist da noch mehr drin? Wegen Grief wird man ja nicht fortgebannt. Das gibt es dann beim ersten Mal, glaube ich, ein kleines Timeout. Beim zweiten Mal gibt es auch nochmal ein Timeout. Oder? Und beim dritten Mal dann ein Bann. Irgendwann, ich glaube, wenn man Grief übertreibt, ist man irgendwann gebannt. Ich weiß aber nicht, wie oft... Na, sie haben sogar ein Brot. Warte mal kurz. Hä, Moment, Moment. War er nicht... War er nicht eben bei T? Übersehe ich gerade irgendeine Kleinigkeit? Hat er nicht... Hä, warum ist er jetzt bei CT? Ist das schon ein Team-Switch? Ist ja... Ah, ne, halt, stimmt. Eben haben sie ja bei CT angefangen. 14, 15, alles gut. Alles gut, Leute, alles gut. Und vor lauter Palabra habe ich es gerade gar nicht mitbekommen, dass die schon längst in der nächsten Runde sind, in der nächsten Hälfte, meine ich. Ja, also, die Sache vorhin mit diesen Overwatch, das hatte ich noch nie. Dass ich zwar direkt hintereinander beide mal das Gleiche, den gleichen... Also nicht den gleichen Fall hatte, aber die gleiche Lobby. Es war wahrscheinlich ein Hacker-Würste-Hacker-Lobby. Also man hat in beiden Fällen gesehen, dass die Mates auf jeden Fall Anti-Aim haben. Die sind nicht gesteppt. Und, äh, ja. Einer hat sich auch noch komisch gedreht bei ihm, aber das konnte ich nie so richtig sehen. Wie gesagt, solche Teile verwerfe ich eigentlich jedes Mal. Weil es halt... Weil es halt viel zu, äh, viel zu langweilig ist. Wenn sich... Und das macht einen halt auch schwindelig, ne? Wenn du die ganze Zeit jemanden siehst, der sich rumspinnt. Also, ich würde sagen, ähm... Wir sind jetzt hier doch in einer anderen Lobby. Merkt man auf jeden Fall. Wobei... Wobei... Also, ich will jetzt davon dann natürlich nicht sagen, dass er hier, äh, nicht an hätte. Aber... Es ist... Ich hab mir eine Szene vor allem bei dem ersten Fall gemerkt. Und genau die Szene hab ich beim zweiten Fall gesehen. Und zwar wie dann... Im ersten Mal hab ich den City gesehen. Wie er mit seinem Spinboard auf, äh, Alang hochgeht. Und er irgendwann vor Alang steht, sich dreht und dann halt Stück für Stück die Leute wegholt. Und mit einem dann, äh, der im Gegnerteam auch Spinboardet, sich dann bekämpft und sie sich nicht direkt gekillt haben. Aber die gleiche Szene hatte ich dann nur als... Aus T-Sicht halt im nächsten Overwatch. Also, das war Wahnsinn. Aber ich denke trotzdem, dass das hier jetzt nicht die gleiche Lobby ist. Aber es ist dennoch, äh, nicht... Nicht weniger ein Pisser hier am Start. Also, ist auch ähnlich, ähm... Uninteressant. Aber jetzt ist schon 17.35 Uhr. Das Ding wird gerade so pünktlich um 18 Uhr kommen. Wirklich gerade so. Und, äh, ich hab heute noch kein Video. Gestern auch keins geschafft, weil ich weg musste. Und außer Haus war. Und dann auch noch, ähm... Mit Spärling gezockt hab, als ich wieder daheim war. Ich weiß, da hätte ich eigentlich sagen müssen, nein! Aber, ähm... Wall und ich zocken die letzte... Also, wirklich schon eine ganze Weile fast gar nicht mehr zusammen. Ich hab das letzte halbe Jahr. Vielleicht sogar ein ganzes Jahr ist schon nicht mehr richtig zustande gekommen, dass wir richtig schön zocken konnten. Und da hab ich dann gestern die Chance ergriffen. Aber dann auch richtig mit ihm reingelangt. Also, wir haben mittags, äh, nachmittags vier Stunden gespielt. Und nachts dann nochmal vier Stunden. Und die haben wir auch beide gestreamt. Also, das war wirklich ein schöner Tag, was das anging. Aber es gab halt kein Video dann, ne? Ähm... Ich hätte sicherlich... Hätte ich morgens nicht wegge... Gemusst noch eins machen können. Aber ja. Was soll's? Was soll's? Na? Ich hatte... Ähm... Ich hab hier zwar auch schon was vorbereitet für euch. Wieder so ein Unboxing. Ähm... Aber das mach ich dann einfach morgen. Gut! Los, los, los! Mal rum! Ich würde sagen, wir wissen... Wir wissen schon, was wir eben... Ähm... Weißt du, wo bist du? Hallo? Ich würde sagen, wir wissen, was wir eben drücken, oder? Oder... Oder ist... Ähm... Ist jemandem noch unklar, was... Was das so bei ihm am Start ist? Ich muss mich jetzt dann noch für den Stream vorbereiten. Der ist jetzt da gleich. Also, 18 Uhr. Ich werde das Video um Punkt 18 Uhr wieder freischalten. Und, äh... Das heißt, wenn ihr das seht, ist der Stream schon an. Ja, also... Wenn ihr dann das Video durchgeguckt habt, könnt ihr dann direkt in den Stream kommen. Ich drücke mir jetzt das, was ich glaube, was er hat. Und wir sehen uns dann gleich im Livestream. Haut rein! Vielen Dank für die Likes. Vielen Dank für die Kommentare. Und, äh... Bis gleich. Und, äh...